Musik 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 Aber votet mal nicht sinnlos, Leute, lass den Leuten Zeit zu beteiligen Ich f*** mein Ding, ich f*** das Spiel heute nicht einmal im Postlefon, ich schwör aber, oh Gott Bis später Musik Alles klar, danke, Don't push Danke, Don't push, Digga Ah, Digga, mach ich mal ein bisschen, oder? Nice, viel Spaß, Dante, danke, Don't push Danke, Digga Was soll ich jetzt machen, Bruder? Musik Aqui Hä? Hahahaha Mwahaha Degang kann Gang, Degang krank digger, das war krank das war heftig das war krank sig dann krank Dann fährt sie mit den Tars. Okay, jetzt mal ehrlich, bitte zwischen den Meetings einfach mal muten, wenn man darf hören, was die anderen sagen. Ja, manche machen es einfach nicht, das nervt echt schon, das stimmt. Also, ich habe jetzt zwei Leichen bei Elektro davon. Bei Elektro? Elektro, vier Leichen. So, und ich kann ohne Scheiß keinen, also da ich mit mindestens zwei bis drei Leuten bei Storage war und von Storage zu Elektro gegangen, ich kann leider keinen irgendwie sagen, der sein kann oder so. Also, ich kann sagen, davor, wo der, äh, eine, äh, wie heißt das, der Alarm war von O2, rechts, bin ich aus, wie heißt das, wo die Kameras sehen, rausgegangen, dann ist mir Lennox von unten entgegengekommen, ich bin nach unten gelaufen, er ist nach oben gelaufen, auf einmal ist er umgedreht, ist mir die ganze Zeit hinterher gelaufen und dann bin ich aber zum, in Admin rein, aber er ist davor abgebogen in Elektro. Okay, wer ist denn Lennox eigentlich? Dropped. Also, ich, also ich war auch bei O2, also du hast, du hast unten einen Entschärft, Paul. In Admin. Okay, ja. Und da war noch irgendeiner, ich glaube, Frau Rahn. Ja, ich war, ich, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, ich war der andere, der auf jeden Fall Entschärft hat. Und, äh, als best war Paul bei mir, also. Ja, also, ich hab, und ich war auch so rechts, also ich kann gar nicht so schnell, dann nach Elektro gekommen. Also, entweder, würde ich sagen, Lennox oder Carl. Also, selbstreward, aber Carl, ich weiß nicht, das habe ich nicht gesagt, also. Also, Carl habe ich auch eben einmal unterwegs gesehen, aber dann ist er auch weggegangen, dann war er auch auf einmal weg. Ich war rechts, wie gesagt, zuletzt. Ich wollte gerade sagen, ich war eine gewisse Zeit mit Kill Bill zusammen. Ja, genau. Und der hat noch, ja. Und wer noch? Eine gewisse Zeit. Hä? Eine gewisse Zeit. Ja, wer ist bei der zweite Carl? Äh, Kill Bill und Rob. Achso. Ja, ich hab bis zuletzt, wie gesagt, O2 entschärft, Paul müsste dann der andere sein. Ich war ganz rechts, also wie gesagt. Ich war auf jeden Fall mit einem Mois und der, der ist safe. Ja, was sagt ein Eis, also Ice Cream oder Mois, sagt mal bitte, was ist das ihr? Also, bei dem letzten, bei dem letzten O2, ähm, Alarm habe ich den, äh, im Admin entschärft. Ich weiß gar nicht, wer bei mir da war. Ja, das war es mit Paul. Hä? Aber Paul, da musst du ja gesehen haben. Ja, aber da war, äh, Orange war es. Nee, ich hab ohne Scheiß den Code eingetippt. Ich hab den Code beim letzten O2 eingetippt, das weiß ich ganz genau. Und da war auch jemand. Oben? Unten kann ich sein, ja, ich wollte gerade sagen, oben war ich alleine. Ich war alleine oben. Ja, weiß ich, also Paul oder Ice Cream jetzt, einer lügt von den beiden. Das kippt. Ja. Ja, aber trotzdem, Paul, ja. Nein, das kann schon sein, dass er da war. Ich geh jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer mir wird das Ding aufgelassen. Und... Und... Spree time. Fick den, fick den, fick den doch. Fick den Lennox. Fick den Lennox. Fick einen Lennox. Lennox, fick einen. Fick einen Lennox. Irgendwann ficken. Lennox, du musst einen holen, Digga. Du. Lennox, du musst einen killen. Kill einen Lennox. Lennox, kill einen. Wo war sie? Geil. Okay. Hallo? Mann. Selbstverständlich wieder bei Elektro. Na moin, Digga. Bei Elektro? Ja, schon wieder vorne. Ich hab ihn noch gesehen. Also, äh, Ice Cream. Ja. Ich hab noch gesehen, Ice Cream hat mit mir zu haben. Wo warst du davor? Wo warst du davor, Carl? Schon bei Elektro. Ich bin direkt, äh, ich bin direkt, äh, ich bin da. Ja. Wo kommt eigentlich meine Anzahl auf? Bei Carl habe ich aber, ich habe aber zwei Stück gesehen bei Elektro. Ich war die ganze beim Tisch. Einer hat die Kamera überwacht. Einer hätte das gesehen müssen, dass ich bei, äh, Admin war. Und die, und die Kart überwacht habe. Also, ich bin Rob ziemlich verdächtig. Ich war bei Dings, bei den Kameras, dann bin ich hochgegangen zu dem, zu den, ähm, Dings, wie heißt das? Caveteria. Und dann wurde schon reportet. Stimmt nicht. Du bist mit Matt Bay rein, ich hab's gesehen. Er ist in Matt Bay rein. Matt Bay rein, dann bin ich hochgegangen zum Tor. Nein, nein. Nein, du warst, du warst nicht auf den Cams hier. Du bist, du bist nicht mehr rausgegangen aus, aus Matt Bay. Ich war die ganze Zeit auf den Cams. Ich hab dich auf Kamera gesehen, du bist die ganze Zeit rumgelaufen, alleine. Ja, was soll ich sonst machen? Nun, du für eine Gange. Ja, weil, also, guck mal. Er hat gesagt, er geht Cafeteria, aber ist nie wieder rausgegangen. Habt ihr denn eure, habt ihr denn eure Tasks fertig, ist die Frage. Chill mal kurz, Paul. Ich war halt, hab euch gesehen da bei Kameras, ne? Ja. Dann bin ich hochgegangen zu Matt Bay, habt ihr geguckt, dann bin ich hochgegangen. Ja, aber wieso killt ihr denn, Lennons hätte einen killen müssen. Die ganze Zeit hätte der Lennons einen killen müssen. Ich hatte cooldown, ich konnte keinen mehr killen. Warum killt der Lennons denn nicht einen? Ja, dann hast du es nicht gesehen, aber ich bin in die Cafeteria gegangen. Ich hätte es sicher gesehen. Hä? Du hast doch gerade was anderes gesagt. Ach, wenn du meinst. Ja, ich war den... Ja, was sag ich... Mois, du hast... Was hast du noch auf der Kamera gesehen, Mois? Kannst du das bestätigen? Kannst du das bestätigen? Ja, so, er sagt was ganz anderes. Er wird eher... Ja, okay, komm. Ja, dann komm. Abfahrt. Okay. Abfahrt. Ich schweine, ich hasse euch alle. Piss dich. Alter, Lennox, deine Reaktion ist auch immer so geil. Ja, ist egal. Was soll ich machen, Digga? Den Lennox hätte doch nur einen killen müssen, Shad. Den Lennox hätte doch nur einen killen müssen. Den Lennox hätte doch nur einen killen müssen, Digga. Ja, das gibt es nicht, Digga. Nein. Also, ich sag so, wie es ist, Digga. Ich bin gerade bei Elektronik. Also, ich habe... Ja, wollte ich gerade sagen. Und Kill Bill ist einfach an sich vorbeigelaufen. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Karl ist gewendet. Bei Elektro. Aber ich habe dich jetzt nicht. Wo bin ich gewendet? Bei Elektro. Du hast zweimal da Report bei Elektro. Dann warst du es das dritte Mal. Safe. So weit bist du noch nicht mal. Ja, aber... Karl, warst du mit jemandem? Wann? Ja, gerade. Wo warst du denn gerade? Ach, da auch. Nein. Also, ohne Scheiß. Ich war alleine mit Ice Cream, hast du recht. Und ich habe meine Aufgaben gemacht. Und als sie wieder runterkamen, war er tot. Ja, Digga. Ich bin null. Du hast zweimal bei Elektro schon reportet. Nein, nein. Elektro einmal. Jetzt gerade als Ice Cream gestorben ist. Da habe ich reportet. Also Mois hat recht, die Leiche war da. Ich wollte gucken, ob jemand da gewendet ist. Aber ich habe dann keiner mehr gesehen. Ich habe nur bei Ice Cream jetzt hier. Wie gesagt, ich habe vorher das Licht hier eingeschaltet. Bin hochgegangen. Und dann lag die Leiche genau am Benz. Und Mois kam da noch rein. Also entweder bist du es oder kalt. Jetzt wolltest du gerade mich beschuldet. Jetzt bestuldest du nicht. Nein, Mois habe ich gar nicht beschuldet. Ich habe nur gesagt, Mois war auch da, weil das Licht hier aus war. Ich habe das Licht wieder angemacht. Und dann bin ich hochgegangen. Und da lag die Leiche. Und dann ist der Mois mir hingegen gegangen. Und ich dachte mir, einer ist dann durch den Moment gegangen. Okay. Deswegen, ich sage es so, wie es ist. Diesmal ist es kalt. Direkt im Boot. Alles klar. Aber ich war es nicht. Junge, ihr seid... Der Arm ist... Ja, Mann! Let's go! Wann! Rann! Komm runter. Ich habe geschrieben, nicht schreien. Aber ohne Spaß! Ja, sag Lein, Paul. Er hat nicht reboorted. Du bist einfach weggegangen von der Leiche. Das hätte er schon wissen müssen, wenn du nicht bewahrtet hast. Das ist...